Liebe Sophia, dein ehrenwerter Onkel Wilhelm ist leider von uns gegangen. Er hinterlässt dir seine kleine Taverne. Er wollte, dass du dich darum kümmerst, denn er weiß, dass du eine fleißige junge Dame bist. Die Taverne ist, wie du weißt, hier in Windenburg. Du solltest sie aussuchen gehen. Ich hoffe, du freust dich darüber, denn das ist eine gute Möglichkeit, etwas mehr Groschen zu verdienen. Allerdings lief die Taverne nicht ganz so gut, wie er es wollte. Vielleicht schaffst du es, sie auf Vordermann zu bringen. Deine Großtante Agnes. Hallo, willkommen zurück. Dann spielen wir heute wieder mit der Sophia. Nachdem sie sich jetzt mit... Ja, Berlin jetzt trifft. Oh, sie braucht dringend mal einen Tag frei. Naja, Sophia hat jetzt die Taverne geerbt und wir könnten gleich mal hingehen. Ach komm, geh erstmal was essen, das ist besser. Du hast Hunger. Eine Pilzsuppe. Das klingt doch lecker. Ach, müde ist sie auch. Können wir ja gar nicht hingehen. Obwohl, eigentlich schon, denn ich habe in der Taverne im zweiten Stockwerk zwei Betten hingestellt. Also soll es so eine Art, äh, ja, wie nennt man das? So eine Art, ja, so ein Gasthaus sein. Was ja dann eh nicht funktioniert, aber... Hä? Warum machst du nicht weiter? Was ist das? Warum hört sie auf zu kochen? Ich... Ich verstehe das wirklich nicht. Ich... Oh Gott. Dein Koch ist... Oder ist sowas, eher gesagt. Hä? Dann ist wieder dieses Pottage. Du verschwendest Lebensmittel. Schäm dich. Oh. Total unnötig. Oder ich habe irgendein Problem mit irgendeinem Mod, der irgendwie sich mit einem anderen beißt. Jetzt jammert sie rum, dass es kein Platz ist. Ist das dein Ernst? Oh Gott. Du machst mich fertig. Vielleicht stelle ich das Buch einfach mal da hin. So, dann hast du jetzt noch einen Ort zum Kochen. Ach, jetzt geht's. Oh Gott. Was ist denn? Ach, nö. Nein, danke. Was für eine Logik. Du konntest die ganze Zeit kochen, obwohl das Buch da gelegen hat. Das ist mal wieder die Sims-Logik. Wisst ihr noch, bei Sims 2, wenn irgendwas ein Weg war, konnte sie einfach nicht vorbei. Schrecklich. Wenn der Teller auf dem Boden liegt oder sowas, du kannst da nicht vorbei. Das geht nicht. Vor allen Dingen kann man es selber nicht wegmachen. Bis selbst dran schuld, dass sie jetzt so müde bist. Ich glaube, sie wird gleich im Essen einschlafen. Aber jetzt schon? Es ist erst 17 Uhr. Ah, ja gut, sie war am Tag zuvor, ja, beim Abendessen. Bei Merlin. Ich glaube, sie muss dann, ja, oder? Freitag. Nee, sie hat dann morgen frei. Zwei Tage. Und dann kann sie sich mal um die Taverne kümmern. Nee, jetzt nicht. Das schafft sie nicht mehr. Die ist todmüde. Ich habe bei der Taverne auch schon die Speisekarte erstellt und die Leute eingestellt. Ich habe es jetzt noch nicht ausprobiert, wie es ist. Ob das alles funktioniert, das werden wir dann gleich mal erfahren. Ungefähr so schaue ich auch, wenn ich müde bin. Na, komm, ich ruhe jetzt mal vor. Gut. Ich gehe schlafen und kein Nickaschen machen. So, da sind wir wieder. Ich gehe erst mal auf die Toilette. Das ärgert mich alles auf Grün, Häkchen, aber es wird nicht befördert, nur weil sie irgendwelche Lappen nicht putzt. Oder vielleicht ein Waschbecken säubert, keine Ahnung. Aber zuerst frühstückst du mal was, ne, oder? Was könntest du essen? Also viel Auswahl hat man dann nicht so, wenn man nichts hat. Weißt du was? Geh erst mal einmal in den Wald. Einmal jagen und einmal sammeln. Das ist mir egal, wenn du jetzt stinkst. Gehst du vorher mal einmal baden. Forest Thresh. Okay, sie wurde nicht von einem Stinktier angegriffen. Was hast du? Was hast du alles? Zwei Pilze. Nochmal Kastanien und die Eicheln und Hähnchen. Ach stimmt, ich muss das Fleisch erst schneiden. Das hier sind diese Samen. Vor allen Dingen was wir sagen, keine Ahnung. Das musst du erst schneiden. Oh, ist das ein Eichhörnchen? Okay. Und ein Trudhahn. Wer will Eichhörnchen essen? Ach, schau mal, du könntest mehr machen. Hat sie jetzt gekissen? Achso, ich dachte, sie hat es jetzt gekissen. Aber es war doch vorhin noch gehilbt. Naja. Ich hoffe, es funktioniert. Nicht, dass sie wieder irgendwie... Okay. Bitte, funktionier. Bitte. Nee, funktioniert nicht. Ich verstehe es nicht. Dann hast du halt Pech. Pech. Ja, dafür bräuchten wir Milch. Ach, schau mal. Schöne Gemüsesuppe. Machen wir doch mal die Gemüsesuppe. Mal ein bisschen was anderes. Also, Mehl müssen wir dann doch selber kaufen gehen. Irgendwie funktioniert das leider nicht. Schade. Und schon wieder ist es nach elf. Wenn ich so lange brauchen würde, für einmal in den Kühlschrank zu gehen, würde ich ja gar nichts mehr schaffen. Gar nichts mehr erledigen können am Tag. Ist mal stecken geblieben. Sieht aus, als ob sie Salat in die Suppe schmeißen würde. Oh, das ist Kohl. Je nachdem. Okay, es riecht anscheinend gut. Spuren wir mal kurz hoher. So, die Suppe ist fertig. Sie hat einen ganzen Topf voll. Da ist ein Pilz und Karotten drin, auf jeden Fall mal. Na, schmeckt's mal was anderes, ne? Ausgezeichnet. Stückige Gemüsesuppe. Oder Eintopf ist das in Eintopfstimmen. Ich spule mal vor. So, er kommt da rein, was leider nicht so viel bringen wird. Die geht kaputt. So. Das ist das blöckende Lama. Ich hab's nur umgebaut. Ich hab den Namen auch gelassen. So, dann geh mal hin. Da sind wir. So, öffnen wir mal hin. So, das ist die Küche. Äh, was hab ich? Das wird ja vom Geschäftsbudget bezahlt, oder? Hoffentlich. Ein bisschen was an Geld hat sie dazu auch noch bekommen. Ach, war das? Geht dann auch schnell weg, ne? Ja, gut. Hätte mich auch gewundert. Du auch? Unsere Empfangsdame. Soll ich die jetzt alle verändern vom Aussehen? Ja. Ach, man weiß ja nie, wer kommt. Lassen wir sie jetzt einfach mal so, wie sie sind. Und das ist die Kellnerin. Wo ist die? Achso. Ich dachte schon, die ist weg. So, ich hoffe, es klappt jetzt alles. Manchmal brauchen die... Wo ist die Kölschen hin? Ah, da steht sie noch. Die brauchen dann auch mal immer so ihre Zeit. Was machen die oben? Da ist nichts. Außer, äh, halt zwei Bette. Zwei Betten und Stöhne. Was machst du? Gehst du jetzt schlafen? Ist das dein Ernst? Hallo? Geh weg da! Ich glaube, ich muss die Zimmer absperren. Abschließen für jeden außer Sophia. Gehst du mal bitte raus? Ich glaube, das ist keine gute Idee gewesen. Was machst du? Die steht immer noch nicht in der Küche. Okay. Naja, sind mal nicht zu viele Gäste. Weißt du was, Sophia? Geh mal nach oben, setz dich da hin. Steh nicht so im Weg da rum. Das macht man nicht. Okay, jetzt geht sie endlich kochen. Warum weint die jetzt alle? Wow, die Deko ist wundersch... Wirklich... Nein, wirklich schön. Was denkst du? Die Deko, okay, die Deko... Naja, immerhin die Deko ist wirklich schön. Jetzt haben wir halt nur eine Kochstation. Falls ich mal zwei Küche habe, könnte ich vielleicht noch eine da reinquetschen, hoffentlich. Mal schauen, was die Gäste bestellt haben. Blah, 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 blah. Blah, blah, blah. Aha, was hast du? Gebackene Pilze mit einem Glas Wasser. Auch Wasser. Okay. Und eine Turnips-Soup. Ach, was ist das? Staubel? Das muss ich echt überlegen. Was war das nochmal für ein Gemüse? Ein Pastinaka oder sowas, glaube ich? Ich weiß nicht mehr. Ich zeige mal kurz noch die Speisekarte. Nee, ach Gott, jetzt muss ich wieder da drauf drücken. Wieso geht das immer auf Standard zurück? So, das sind die Getränke. Heiße Milch, Zitronen, Honigtee, Honigmiet und Wein. Und das sind dann die ganzen Speisen. Die schönen Salate. Die Hauptgänge. Da sind auch diese Pies dabei. Und sowas wie Fleisch gibt es dann halt auch. Und Steak. Und das sind die Nachtische. Karottenpudding. Was Hasty Pudding ist, weiß ich es gar nicht. Kuchen. Und dann gebackene Apfel und gebackene Birne. Und Käse und Früchte. Und Kastanien. Gebackene oder... Wie heißen die nochmal? Gebackene, gebratene Kastanien? Ich weiß gerade selber nicht. Ihr wisst, was ich meine. Ich kann auch mal essen. Oder? Ja, es ist fertig. Wir haben jetzt erstmal nur einen Stern. Es lief halt leider nicht so gut. Ich glaube, ich muss dann doch die Speisekarte bearbeiten. Aber komm, ein Salat ist doch nichts schweres, oder? Wir machen mal keine neuen Gäste zulassen, falls noch jemand kommen sollte. Dann warten wir... Dann warten wir mal, bis die Gäste gegessen haben und wieder weg sind. Dann schließen wir. War dann halt kurz offen, aber macht nichts. Ach, wisst ihr was? Ich lasse die Speisekarte einfach. Ich werde jetzt so oft wie möglich diese Schulungen bezahlen, dann reicht's. Ja, jetzt gerade nicht. Ist gerade schlecht mit einer Verabredung. Schon wieder. Ach egal, ich drücke jetzt einfach mal auf Nein, auf Ja, egal. Vielleicht sind das ja nur Brettspiele, die sie mag. Okay, die sind auch passtfertig. Nur zwei Sterne. Seid ihr auch mal passtfertig? Redet mal weniger. Ich spuhl mal kurz vor. So. Okidoki. Können wir jetzt schließen. Fünf Stunden. Okay. Kannst du jetzt auch erst mal nach Hause gehen. Und während die Sophia nach Hause geht, würde ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten Folge. Tschüss. Tschüss. Töch'. Töch. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020